Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 2010 stand Irland auf der Schwelle zum Staatsbankrott. Die Europartner, wir und der IWF, haben das Land damals mit einem Rettungsprogramm vor dem Absturz bewahrt. Heute ist Irland ein Beispiel dafür, dass die Euro-Stabilisierungspolitik bei entsprechendem Willen der politischen Verantwortlichen im Programmland wirken kann und konkret gewirkt hat, meine Damen und Herren. Irland kann sich wieder gut an den Finanzmärkten refinanzieren. Das Land ist ökonomisch auf gutem Wege, und es gibt keinen Grund, am anhaltenden Konsultierungswillen Irlands zu zweifeln. Vielmehr verbessert Irland durch die vorzeitige Rückzahlung seiner Finanzlage. Denn das Land zahlt heute verhältnismäßig hohe Zinsen an den IWF, und es kann sich am Kapitalmarkt heute natürlich günstiger refinanzieren und spart damit 150 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, niemand kann doch ernstlich gegen Refinanzierungskosten eines Euro-Landes sein, gegen günstigere Kosten sein. Niemand kann doch etwas gegen höhere Schuldentragfähigkeit eines Landes haben, meine Damen und Herren. Hilfsprogramme, die wir geleistet haben, waren eben die Grundlage für neue Stabilität in Europa, meine Damen und Herren, und das ist ein Erfolgsmodell für das Gemeinwohl auch in unserem Land, meine Damen und Herren. Und, meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund ist es mir auch sachlich völlig unerklärlich, dass einzelne Fraktionen das beantragte Verfahren abgelehnt oder ablehnen wollen. Die SPD-Fraktion, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie verstehe ich bei dieser Situation überhaupt nicht. Wir beraten doch einen Antrag der Bundesregierung. Dem haben auch die SPD-Minister im Kabinett zugestimmt. Das ist die Wahrheit. Die SPD schlägt sich einfach in die Büsche und übernimmt eben keine Verantwortung, meine Damen und Herren. Heute Morgen haben Sie hier erklärt, Sie ziehen Ihre SPD-Minister nicht zurück, weil Sie Verantwortung übernehmen. Ihre Verantwortung hat nicht einmal fünf Stunden hier überdauert, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Meine Damen und Herren, Ihre Begründung ist fadenscheinig und nicht nachvollziehbar. Meine Damen und Herren, damit Sie mich nicht falsch verstehen, Irland ist eine Steueroase als Helfers Helfers für Steuertricks von transnationalen Konzernen. Und das ist nicht akzeptabel. Aber Sie wissen ganz genau, dass der ehemalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hier ganz deutlich mit BEPS, mit vielen Gesetzen, die Sie unterstützt haben, die wir gemeinsam in der Großen Koalition vorangebracht haben, dass diese Initiativen erfolgreich waren und dass wir auch diese Initiativen weiter voranbringen. Und da muss man mit den Steuerpraktiken Irlands sprechen. Sie können nicht mit der Holzhammer-Methode gegen ein anderes europäisches Land vorgehen. Kreditrückzahlung kann man nicht mit europäischen Steuerfragen vermischen. Auf diesem Weg der Steuervermeidungsstrategien, des Steuerdumpings müssen wir konsequent weiter voranschreiben gegen diese Maßnahmen. Das ist nicht akzeptabel. Aber wir haben mit der BEPS-Initiative gegen die internationale Steuervermeidung, gegen Steuerverlagerung und Steueroasen den Kampf angesagt, meine Damen und Herren. Und deshalb die CDU-CSU-Fraktion, wir stehen für europäische Solidarität, Stabilität und ökonomische Vernunft. Und es geht um das Vertrauen der Finanzmärkte in der Zukunft und nicht um parteitaktische Spiele, meine Damen und Herren.